Ja, ein herzliches Willkommen, ihr liebe Leiter von heute zu einem, sagen wir mal so, ja neuen Let's Play Minecraft hier auf meinem Kanal, ein Wiederstart. Ja, es gab ja schon, ich glaube vier Folgen, oder fünf, ich glaube vier Folgen müssten es gewesen sein von meinem Minecraft Projekt hier mit mir, dem Bully Gaming. Ja, ich bin einmal da, servus Leute, da gab es ja folgende Probleme, also es ist alles weg Leute, mein komplettes Spiel ist weg oder irgendwas, ich habe keinen Spielstand mehr. Ja, jetzt denke ich mir die ganze Zeit, wenn ich jetzt das Neue anfange und das dann wieder passiert, ich kann nicht 20 Mal neu anfangen. Ich hoffe, dass es alles passt, ich werde ab jetzt ein Backup machen auf meine externe Festplatte vom Spielstand. Punkt aus Ende, das habe ich nie gemacht. Schaut einmal, weil wenn ich jetzt auf Einzelspieler gehe, kommt nur eine Welterstellung, also es gibt keine Spielstände mehr, irgendwas. Das ist schon richtig blöd. Name der Welt, ich gebe einfach Bully Let's Play ein. Bully Let's Play. Schwierigkeit normal, Spielmodus überleben, die Cheaterkiste mache ich einmal an. Weitere Welteroptionen. Bully Let's Play, wartet mal kurz, Cheats erlauben an, genau. Weitere Welteroptionen, Bonus-Truhe mache ich an, Einstellungen, Impotionen, fertig, Startwelt brauche ich nicht. Also Bully Let's Play, Datenpakete habe ich leider auch keine mehr drin, alles weg. Da dürfte wahrscheinlich hier ein Absturz passiert sein und die Spielstände kaputt gegangen sein. Überleben, normal, ja, also wir müssen diese Welt komplett neu erstellen, ihr Lieben. Es ist traurig, ich habe zwar noch nicht so viel gemacht gehabt, aber zumindest schon ein bisschen was und das vermisse ich natürlich dann schon auch. Also das muss ich ehrlich sagen. So, ich werde jetzt einmal in die Welt starten. Hier, ich hoffe, das passt auch alles von der Aufnahme her, weil da hatte ich ja auch Probleme jetzt, da ich nur eine Tonspur zusammenbekommen habe. So, also, ich bin einmal da in der Welt, es hackt gerade richtig. Ich muss einmal schauen, ob das eh alles passt mit dem Kotlierer und so. So, ihr Lieben, also ich fange einmal an. In welcher Welt sind wir hier gekommen? Ich habe kein Dorf oder irgendwas gefunden. Ich weiß nur, dass es gerade so richtig gehend die ganze Zeit hackt. Was soll das? Schafe, ich brauche einmal Schafe, Leute, für ein Bett. Aber da habe ich ja auch ein Eichenholz. Das brauche ich für mein Vorhaben, Leute. Also jetzt starten wir da, starten wir da einmal komplett. Ein Eichensetzling habe ich auch. Da ist ja irgendwo die Bonus-Truhe, genau. Wo haben wir denn die? Da ist ja irgendwo die Bonus-Truhe. Da. So, mit einer Fackel. Zack, zack. So, da nehme ich mir mal alles raus, was geht. Und die Kiste nehme ich mir auch mit. Damit ich auch schon mal eine Kiste habe. So. Ich will auf jeden Fall die ganzen Setzlinge hier haben. Zu Beginn brauche ich jetzt einmal Schafe, Leute. So, die ganzen Sachen Brot gebe ich einmal da hin. Holz. Ich werde mir das alles ordnen, Leute. Ich brauche mal Schafe. Und wo soll ich die Schafe herkriegen? Also jetzt einmal Schafe suchen, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo da Schafe sein sollen, Leute. Ich hoffe, das passt jetzt alles mit dem Ton. Also, ja, was wird passiert sein, Leute? Also, ich schätze einmal, dass ich, ähm... Während ich gespielt habe, ist es nie zum Absturz gekommen. Das ist ja das. Aber es kann sein, dass der Computer irgendwie abgestürzt ist oder heruntergefahren ist und irgendwas hat gerade bei Minecraft auf das, äh... auf das Ding gespeichert. Also, irgendwie hat gerade was draufgeschrieben und da kann es dann natürlich passieren, dass die Spielstände kaputt gehen und somit, äh, Minecraft hergeht und sagt, du, Spielstand kaputt. Ja, ich will auf jeden Fall, ähm... ein Schaf haben. Da drüben haben wir ein Schaf. Ich brauche drei Schafe, um mir zumindest jetzt einmal ein Bettchen zu kraften. Also, ich habe eh eigentlich nur, kann man sagen, nur, äh, vier Folgen bis jetzt hochgeladen gehabt. Die, äh, musste ich jetzt natürlich vorerst einmal löschen. Also, vorerst die musste ich löschen. Ähm... Da ist ein Schaf, da sind mehrere Schafe. Ich will aber nur ein einziges Typ, ein einziges Typ, einen einzigen Typ Schaf haben, Leute. So. Da ist auch eine Höhle unten. Kohle, Berge und keine Ahnung was. Da haben wir Lamas. Servus! Servus, Lamas! Da haben wir auf jeden Fall mal Ressourcen. 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 Ressourcen zum abbauen. So. 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 Irgendwo müssen doch Schafe herumirren. Das kann auch nicht das einzige Schaf gewesen sein. Die Lamas, nö, die brauche ich eigentlich nicht. Weil ich will weiße Schafe haben. Weil ich will weiße Schafe haben. Abbauern, Kohle und so weiter. Aber ich will mal Schafe haben. Damit ich wenigstens mal mal schlafen kann, Leute. Da. Ich hab Schafe. Ja, so wieder von Beginn an. Es gab ja auch Probleme mit meinem Audio. Also ich konnte zwar normal spielen und so weiter. Aber hatte eigentlich nur eine einzige Audiospur. Weil ich ja quasi, weil mein Computer ja eingegangen ist. Und das hatte zur Folge, dass ich natürlich OBS neu installieren musste. Auf dem Computer von meinem Sohnemann drüben. Und da hatte ich nicht mehr gewusst. Einfach wie man die Ding macht. So, ich muss mal eine Workbench craften, Leute. So. Dann haben wir da mal die ganzen Dinger da. So, dann mach ich mir mal ein Bettchen, Leute. Ich habe drei Wolle. So soll es sein. Na bitte. Jetzt kann ich schon schlafen. Das ist fein, Leute. Supero. So. Und jetzt kann ich endlich abbauen. Schauen wir mal, wo ich mich niederlasse. Ich bin doch immer heimatlos. Natürlich habe ich gerade angefangen, Leute. Ja, jetzt habe ich es halt hinbekommen, dass ich zwei Tonspuren aufnehmen kann. Also zwei verschiedene Tonspuren, die ich dann einzeln bearbeiten kann im Schnittprogramm. Und das finde ich so richtig fein. Endlich geht das. Ich hoffe, dass der Ton auch passt. Es kann sein, dass es momentan noch immer wieder hackt. Weil ich muss einen richtigen Encoder erst auch einmal einstellen und keine Ahnung was. Ja. So. Dann haben wir da mal oben. Da haben wir irgendwo nämlich Kohle, Leute. Kupfer. Kupfer abbauen, Leute. Warum nicht? Stein abbauen. So. Kupfer, Stein. Da haben wir Kohle, Leute. So muss es, Leute. So muss es, Leute. Der aller Anfang ist natürlich immer schwer. Ja, es sind die anderen Videos eigentlich eh gelöscht. Was ist eigentlich das Problem? Es war, ich habe da schon wirklich was weitergebracht gehabt und so. Und ah. Also das ist das, was mich so richtig ärgert. Bringt man was weiter? Also war noch nicht so extrem viel, aber man bringt was weiter ordentlich. Und dann, Leute. Und dann funktioniert was wieder nicht und so. Und keine Ahnung was. Also ich hoffe, dass es wirklich alles dann auch zukünftig passt. Weil ich will dann nicht noch einmal anfangen. Das Problem ist, ich kann mit Horstig Gaming ja derweilen momentan auch nicht weitermachen. Weil ich meinen Spielstand nicht mehr habe. Weil der Computer nicht mehr geht. Mein eigentlicher Computer, das ist ja der von meinem Sohn jetzt. Wo ich halt jetzt rauf und runter let's play alles, was halt geht. Na? So, Kohle. Da haben wir auch wieder Kohle. Ja, ich kann immer wieder auch Diorit gebrauchen. Ja, es wird auch demnächst ein Texture Pack auf die Videos kommen. Aber da muss ich jetzt auf den Tobi warten, dass er mir das wieder einstellt. Mit dem Texture Pack. Das fand ich so richtig cool eigentlich. Das letzte Texture Pack. Texture Pack. Das ist, sag's mal zehnmal hintereinander schnell. Texture Pack. Texture Pack. Texture Pack. Leute, das ist für mich unmöglich. Ich mit meinem halber Sprachfehler da. Nö, hab ich gar nicht. Aber total schräg. Schräg. Ich bin hier Konzentration, Leute. Ich bin hier Konzentration, Leute. Da, wieder Kohle, Leute. Steine abbauen, Kohle abbauen, alles was geht abbauen. Bin ich schon wieder voll? Nö, das kann ja nicht sein, oder? Nö. Das geht eigentlich momentan. Ja, im Hintergrund wieder Musik. Das wird vom lieben Honk sein, die Musik. Ich werde jetzt natürlich wieder so halten, dass ich die Folgen beende und wieder starte. Also wieder begrüße und so. Das wird auf jeden Fall sein. Ich finde, so lässt es sich für mich leichter schneiden. Ist ein bisschen einfacher, weil warum umständlich, wenn es einfach auch geht? Manche sagen, warum einfach, wenn es umständlich auch geht? Leute! Die Folge ist ja dann eh gleich wieder aus. Also bald wieder aus, Leute. Jetzt könnte ich schon schlafen. Einiges hier sammeln. Ich könnte jetzt schon schlafen. Nö. Wieder Einstiegspunkt setzen. Aber ihr Lieben, ich trinke meinen Kaffee hier. Eben mit der Minecraft-Tasse. Schaut einmal. Wahnsinn. Passt ja perfekt zum Let's Play, Leute. Träumen was Schönes. Träumen was Schönes. Ähm. Jo. Dann haben wir da mal den Stein abgebaut. Da wieder. Ich kann ja gleich erstmal die Jurid abbauen, weil die Jurid werde ich zukünftig oft brauchen. So. Ähm. Gole, gole, gole. Leute, ich habe wirklich noch keinen Platz gefunden, wo ich mich wirklich niederlassen kann, Leute. Habe ich nicht. Äh. Ich weiß nur, dass da überall irgendwo, dass ich da Kohle gesehen habe. Vielleicht ist da sogar irgendwo Eisen. Das wäre dann mein erstes Eisen. Schaut einmal. Nö. Da ist alles nur Kohle. Also alles nur Kohle. Da ist Kohle. So. Und ich bin schon Stufe 5. Also Verzauberungslevel 5, Leute. So. Was haben wir da? Da haben wir ein Ei drin. Was haben wir da drin? Da ist auch nicht wirklich was drin. Kein Eisen oder irgendwas. Ähm. Vielleicht ein bisschen Eisen suchen schon jetzt zu Beginn. Bevor ich noch dran denke. Oh mein Gott. Da ist Kohle. Asi. Was haben wir denn gemacht? So? Ja meine Hitschbacke ist kaputt. Ich kann man aber einer machen, Leute. So. Ähm. Somit könnte ich mir eine Steinspitzhacken machen. Einmal. Zwei. Mal. Dreimal. Drei Mal. Sehr gut. Ja, jetzt regnet es gerade, Leute. So, Sau wieder. Kohle brauche ich immer wieder. Immer wichtig. Kohle. Nirgends Eisen. Ja, ist der Wein nicht so tragisch. Einmal Ressourcen abbauen, Leute. So soll es sein, so will es das Gesetz. Ist da jemand, Mann, Mann, jemand, Mann? Ja, ich werde auch zukünftig wirklich immer wieder Backups machen. Ist einfach so. Das ist wirklich so. Wichtig ist mir, dass ich jetzt auch schon mal anfange, die Ressourcen zu sammeln. Wenn ich dann voll bin, muss ich wirklich schauen, dass ich dann schon langsam, aber sicher, mir eine Base baue. Ich weiß, welche Base das sein wird. Das weiß ich. Und das wird ein, eine Haufen Arbeit werden. Es ist ganz wichtig, dass ich mir die Freiheit nehme, dass ich mir so ein Buch hernehme, wie man so ungefähr das baut. Also, das habe ich auch schon letztens im letzten Netzplay gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Kohle. Ganz viel Kohle. Das ist wichtig, Leute. Dass ich jetzt schon mal Kohle sammle, alles, was geht. Ich brauche so viele Öfen. Eisen, Öfen, alles, was möglich ist, Leute. Ja, Gewitter ist es keins, weil es donnert nicht. Wow. Ich weiß nicht, wo ich mich niederlasse. Aber Leute, ich brauche irgendwo natürlich auch mal zukünftig ein Dorf. Ja, ich hatte ja auch das Glück, Leute. Also, das Glück. Und somit ist es ja auch ein Pech, dass es nicht mehr gibt, den Spielstand. Im letzten Spielstand, oh mein Gott. Da hatte ich gleich zu Beginn ein Dorf gefunden. Was ich da cool gefunden habe, aber jetzt nicht mehr, weil die Welt gibt es nicht mehr. Ne, Leute. Wartet mal kurz. Das Fleisch, das kann ich alles weggeben. Und da haben wir eine Hand zu geben. So, da haben wir Kohle. Da haben wir die Lammas. Ja, das Minecraft-Abenteuer startet wieder von Beginn an. Zum Glück hatte ich nicht schon 20, 30 oder 40, 50, 60 oder mehr Folgen, Let's Play. Das wäre so bitter gewesen. Das wäre so richtig mega doof gewesen. Bei meinem Horstie Gaming-Kanal ist es halt so, da habe ich schon, ich glaube, 165 Folgen mittlerweile. Auf dem Horstie Gaming-Kanal und das ist schon wirklich, also da muss man schon sagen, bitter, dass der Spielstand momentan weg ist. Aber ich hoffe, ich kann ihn noch retten. Da habe ich schon einiges, da hat sich schon einiges getan. Da war ich schon am Verzauber, dann hatte ich schon Tiers, Schwerter und Spitzhacken und keine Ahnung was. Also, das ist dann natürlich schon blöd, wenn man da den Spielstand verliert. Steine brauche ich immer wieder. So, da rauf hier. Kupfer, Steine, keine Ahnung was. Wenn es schon wieder finster wird, wäre es toll, wenn ich jetzt schlafen gehen könnte. Nö, noch nicht. Aber ich trinke meinen Kaffee und die Folge beende ich jetzt gleich. Dann ist diese erste Grabungsfolge eigentlich wieder, schon wieder, vor Rühbeer, Gummibär. Da haben wir Kohle, aber die will ich jetzt nicht holen, Leute, weil ich muss mal schauen, vielleicht gibt es da noch irgendwo Kohle. Ich glaube, da drüben war noch was, kann das sein? Das ist da unten. Achso, da war ich schon. Genau, da drüben haben wir auch noch was, da sind die Schafe. Da ist das ein Sumpfbiom, Leute. Da nehmen wir die Kohle mit. So soll es sein. Ihr Lieben, ich sage aber Dankeschön fürs Zuschauen. Sei auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es in Folge 2 dann weitergeht. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Game over, euer Bulli. Ciao.